Monika, traditionell das junge neue Jahr. Claudio Abado dirigiert Werke von Johann und Josef Strauß. Natürlich steht zu Beginn des Mozartjahres eine Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Wir wünschen Ihnen einen frohen Start ins neue Jahr und schalten um nach Wien. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018